Ich stehe hier in einem wunderbaren Rewe-Richard-Markt direkt an der Opernpassage und ich bin unterwegs für das zehnjährige Jubiläum Wir aus der Region. Kurze Wege, langer Genuss. Für mich bedeutet aus der Region in erster Linie kurze Transportwege und hohe Qualität. Das finde ich sehr gut, sehr wichtig. Also ich lege da ganz großen Wert drauf, auf so frisches Gemüseobst, Region. Ja, ich beliefere jetzt seit acht Jahren Rewe-Richard wie aus der Region und eigentlich ist das der direkte Bezug vom Verkauf zum Erzeuger. Lokale Partner, frische Ware aus der Region, das wäre jetzt das erste, woran ich denken würde. Frische Qualität und auch so, dass man versichern kann, dass es auch irgendwo herkommt, ohne dass es gentechnisch manipuliert ist. Für mich ist es sehr wichtig, weil es halt ein Zeichen von Frische ist und man unterstützt natürlich auch dann damit die regionalen Bauern. Das kommt besonders in der Stadt gut an, weil die Menschen hier eher einen Hang zu Landwirtschaft und Bauern haben. Und für die frische Ware der Bauern, die ja innerhalb von einem Tag hier im Laden ist, wenn wir von Rewe beziehen, dann ist die Ware drei, vier Tage unterwegs, von Spanien, Italien, wo Salate und Tomaten und alles herkommen. Also kurze Transportwege, halt umweltschonender, einfach die Lebensmittel nicht schon über die halbe Welt und ja auch irgendwo gute Qualität. Bedeutet kurze Transportwege auf der einen Seite, Bauern, die man kennt, ja Landwirte, die man kennt und das ist ganz wichtig, der regionale Bezug. Hier wird Qualität ganz groß geschrieben. Kurze Wege, frische Produkte. Versteckt dahinter, also für mich ist es sehr wichtig, Produkte aus der Region zu kaufen, weil ich denke, die Bauern oder die Landwirte, die diese Produkte anbauen, auch Bio anbauen, die sollten das sozusagen auch wertgeschätzt wissen. Sehr, sehr wichtig, weil die langen Wege, also eben Umweltfragen und so weiter sind natürlich, wenn da die Äpfel aus Chile kommen oder sowas, ist nicht so toll. Und außerdem tut man was, einerseits natürlich was für die Arbeitsplätze hier im Inland. Für uns ist es schon relativ wichtig, einfach frische Lebensmittel einzukaufen, zu wissen, wo die herkommen und auch eine gewisse Qualität dabei zu haben. Eier aus meiner Nachbarschaft sind wohl gesünder als die von weiter her. Dass es frisch und gesund und bio ist. Und wir unterstützen das. Ich wünsche ihnen in der Zukunft alles Gute und Erfolg und dass sie so weiter so machen, wie bisher. Ich wünsche euch alles Gute, macht weiter so. Enkel, die jetzt auch mit im Geschäft sind und weitere kommen, dass die die nächsten 100 Jahre mitmachen. Machen sie weiter so, Glückwunsch und ich finde es super. Musik 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 Musik